Ja, hallo zusammen, willkommen zurück zu meinem Let's Replay von Tenchu 2. Und genau, wir waren ja gestern. Gestern waren wir ja hier bei der Insel Kubon und sind zu einem Schiff gelangt, wo wir gesehen haben, dass Dorfbewohner irgendwo hingeschickt werden. Und ich würde sagen, da gehen wir jetzt mal hinterher. Ich glaube, hier gibt es nämlich auch einen Endboss, deswegen nehme ich jetzt ein paar Items mal mit. So, zwei Pfeile und zwei Keldrobs, genau. Äh, genau, dann fangen wir einfach mal an. Zu Beginn des Paars scheint mir die Sonne ins Gesicht. Das ist doch ein gutes Zeichen, oder? So, wo haben wir hier die Gegner? Da ist doch direkt ein Gegner, schaut mal. Da ist wieder ein Schatten und es ruckelt irgendwie ein bisschen, aber das ist... Denke ich mal... Was sind das für Geräusche? Hallo! So, komm schon. Ich mach wieder... Ah, nee, Schuriken-Taktik kann ich jetzt nicht machen, weil ich vergessen habe, Schuriken mitzunehmen. Das ist blöd, aber... Oh, was sind das für Geräusche hier? Ja, so, da hab ich dich... Hier auf dem Schiff war auch noch einer. Ja, genau, da. Ah, das soll ein Vögel sein. Ja, okay. Ich verstehe. Oh, Entschuldigung. So, ich trau mich nicht. Seht ihr genau, weil genau das passiert. Nein! Oh! Hilfe! Oh, Mann. Ja, ihr habt die Dorfbewohner hier verschleppt. Ihr seid solche... Solche Spastis, ey. Was fällt euch ein? Meine... Gefolgschaft... Zu entführen, ja? Das geht mal gar nicht hier, finde ich. Na, jedenfalls geht's da weiter, aber ich will erstmal nochmal hier lang. Und zack, zack, zack. Und hier hoch. Wow! Oh, da! Nein, hier ist keiner. Beruhig dich. Oh Gott, Alter. Wenn der Mond in mein Ghetto kracht, oder was hier? Ja, mit der Waffe da. Ich knoll dich ab, Alter. Ne, Quatsch. Ähm, wo ist der denn? Was machst du denn da? Wetten, die Eierarme rollt jetzt wieder irgendwie hoch? Ne, okay. Sehr gut. Dann. Mach schnell. Mach schnell! Oh, Gott sei Dank. Zack. Oh, da ist wieder mein Handy. Nein, oh mein Gott. Ich war abgelenkt durch mein Handy hier wieder. Aber das... Habe ich mal jetzt mal woanders hingelegt? Oh Gott, nein. Nein, 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 mein Freund. Ich wusste es doch, dass du dich rumdrehst. So, jetzt... Darum ruckelt das manchmal hier jetzt so ein bisschen. Und zack. Da habe ich dich. Oh, diese Vögel hier, ne? Die hören sich an wie so ein... Wie eine kaputte Kupplung. Beim Auto. Hören die sich an. Naja. Und zack. Genau. Wo ist der Gegner? Da. Da unten ist er. Aber ich gucke nochmal. Ne, da ist niemand. Okay. Oh, was machen meine Nachbarn da oben her? Klok, klok, klok. Die reparieren da irgendwas bei sich. Keine Ahnung. Ich hoffe, das hört man nicht. Da jetzt. Und zack. Da ist direkt der nächste Gegner. Schaut mal. Seht ihr das, ey? Das sind die gleichen Gegner wie im letzten Level. Klar. So, und... Kill von oben. Schade, hat nicht geklappt. Egal. Höp, drei. Ah, da hinten. Da hinten wahrscheinlich, ne? Aber hier ist Wasser. Aber ich will erstmal hier lang. Wie lang war ich noch nicht? Oh, das tut ja in den Ohren weh. Dieses... Angedeutete Vogelgezwitscher. Ah, das... Da komme ich nicht mehr hoch. Okay. Alles klar. Ich habe die Nachricht verstanden. Ah ja, ey. Du bist gemein. Du würdest mich nicht mehr da hoch lassen. Ah, so sieht es aus. Moment. Ah, ich komme trotzdem hoch. Oder? Oder? Ne, komme ich nicht. Warum komme ich da nicht hoch? Verdammt. Aber was soll ich da oben? Frag ich mich gerade. Da ist doch gar nichts. So. Aber hier ist immer wieder neues Land. Aber da ist nichts. Oh, diese Krähen, oder was das sein soll, ne? Oh. Oh, was ist das denn für eine? Da haben wir ja den von Rikimaru, diese Typen. Blasrohr, komm. Dich mache ich mit dem Blasrohr. Oh nein, der hat mich... Egal, komm. Komm, 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 komm. Egal. Oh. Shit, der habe ich, glaube ich... Boah, drei Items, ey. Der hat mich, glaube ich, kurz gesehen, oder? Weil ich den kurz berührt habe. Egal, wo ist der nächste Gegner. Ich glaube, da hinten, ne? Könnte gut sein, ne? Aber Moment mal. Da war ich doch schon. Ja, ich weiß nicht, ob das zählt jetzt als entdeckt, wenn man die kurz berührt. Aber trotzdem meuchelt, das weiß ich nicht. So. Könnt ihr mir vielleicht in die Kommentare schreiben, ob das als Kill zählt. Oder als entdeckt. So, den haben wir auch. Gib mir Items. Jawohl, auch drei Items. Und der hatte einen Shuriken. Das heißt, ich kann wieder Shuriken-Taktik machen, aber... Ich mache erst mal Blasrohr-Taktik. Ich muss jetzt hier mal ein bisschen präziser arbeiten. Genau. Frage ist jetzt. Ist da oben die Box vielleicht drauf? Äh, nein. Eine andere Frage ist noch. Gibt es hier eine Itembox? Weil es gibt nicht in jedem Level eine. Und gibt es hier irgendwo Wasser? Also, Heiltrank. Da. Ja, guck mir nicht in die Fresse, sondern stirb. So. Zack. So schnell kann das doch gehen hier. Ja, genau. Zwei Items. Niemand kann etwas ausrichten gegen Ayamis Blasrohr. So. Hehehe. So. Okay. Es ruckelt wieder. Warum ruckelt das? Hallo, Rechner. Hier unten? Ist da unten noch ein Gegner? Ah, hier ist ein Haus. Okay. Da. Seht ihr das? Blasrohr kommen. Oh, ey. Slow-mo. So. Den haben wir. So. Gibt es hier vielleicht... Oh. Was ist das denn jetzt? Hey. Hallo. Das gibt... Hey. Hier ist auf jeden Fall kein Wasser. Ich will noch wissen... Oh, das ist ja der nächste Gegner schon. Oh mein Gott. Oh. Ach du Scheiße. Alter. Du Schwein. Was machst du denn da oben? So. Der dürfte mich hier aber nicht sehen, oder? Nee. Ah, komm. Oh. Oh. Der hat sich wieder rumgedreht. Ist der oben? Ja, der ist oben. Okay. Da ist nämlich direkt noch einer. Da ist er. Oh. Miese Map, ey. Ui. Hey. Oh, da sind zwei. Da sind zwei. Ach du Kacke. Wie soll ich das denn machen? Ja, der oben, der schaut noch. So. Oh. Hör auf zu hängen, Rechner. Mensch. Was ist denn das? Da ist der nächste. Kinde ich aber mit dem Glasrohr. So. Den haben wir auch. Es läuft doch bisher sehr gut, oder? Da kann man doch echt nichts sagen. Ist hier oben noch was, oder? Nee, da war ich eben. Da war ich schon. Okay. So. So. Spring da hoch. Oh, Rechner, ey. Du gehst mir grad ziemlich auf den Senkel, weißt du das? Da. Da ist der Gegner. Ich mach jetzt mal Schuriken-Taktik. Schau mal bitte in die Richtung. Alles klar. Sehr gut. Das ist so easy, ey. In dieser Taktik. Und zack. Genau. Schuriken wieder einsammeln. Schön. Und schauen, wo der nächste Gegner ist. Sehr viele Gegner hier. Ah, da. Jetzt dreh dich bitte nicht falsch rum. Dreh dich rum. Nein, genau so wollte ich dich eigentlich nicht haben. Komm schon. Ich weiß, dass du es auch willst. So. Oh, ich dachte schon, ich hätte wieder falsche Taste gedrückt, ey. Alter, was... Ach du Scheiße, Mann. Ja, okay. Dreh dich rum. Ja. Nein. Ich glaube, der nervt. Schau mal bitte in die Richtung. Guckt er jetzt da hin? Ja. Oder? Ja. Alles klar. So. Zack. Hab ich meinen Schuriken wieder? So, komm schon. Wo ist der nächste? Komm schon. Da. So. Ah, hier ist, glaube ich, das Ende, ne? Kann das sein? Ja, hier unten. Da ist das Ende. Aber... Was geht der denn für eine Scheißrute, ey? Schau mal bitte gegen die Wand. Oh, oh. Das würde ich auch sagen, oh, oh. Aber für euch, nicht für mich. So, und zack. Genau. Hey, warum macht ihr den Kill von unten nicht mehr? Oh, Mann. Wenn ich hier reingehe, ist, glaube ich, Ende. Ne? Hier in dieses... Dieses Tor da. Aber... Noch nicht. Ich habe noch nicht jeden Gegner. Und ich habe auch noch nicht eine etwaige... Boah. Eine etwaige Itembox. Äh, hätte ich jetzt hinlaufen können, ich Idiot. Egal. Ach, komm schon. Dreh dich rum. Jawohl. So, jetzt kommt aber der Kill von unten, oder? Ja. Zack. Ich bin dir in den Rücken gefallen. Blöder Witz. Naja. Schauen wir mal weiter. Wo ist der? Hallo? Oh mein... Alter, ich habe Angst. Wo ist der? Wo ist der? Ah, nee. Der ist tot. Wo ist der? Verdammt. 72. Ist das der? Oder doch, der pennt. Ah, ja. Okay, der pennt. Dann also. So. Was hast du davon, wenn du dich einfach so schlafen liegst? Hier wird kein Nickerschen gemacht. So. Das lief doch sehr gut bis jetzt, oder? Ich schaue nochmal in die Richtung. Oh mein Gott. Hier ist irgendwo noch einer. Da. Da ist er. So. Oh. Okay. Was hast du denn? Gabeln? Willst du mich etwa auf ein Date ausführen, oder was? Nee, danke. Da kann ich gerne drauf verzichten. Nicht mit so einer Hackfresse wie hier. Naja. Schauen wir mal weiter in die Richtung. Hier ist nichts mehr. Ich habe keine Itembox gesehen. Habt ihr eine gesehen? Vielleicht ja hier in der Gegend. Oh. Oh. Oh mein Gott. So. Alles klar. Oh mein Gott. Wie ist das krass. So. So. Der hat auch nichts gehabt. So. Da unten. Und. Ja. Das passt. Da habe ich mal den nächsten hier. Und zack. Und zack. Hol ihn runter. Genau. Sehr gut. Hey. Das läuft richtig gut gerade. Wir wurden nur einmal entdeckt und haben ungefähr 1000 Gegner gekillt. Frage ist jetzt. Nein. Das wollte ich eigentlich nicht. Frage ist jetzt. Wo ist da? Da ist noch ein Gegner. Und. Oh. Wave. Waiver hier. Wave Dancer. Naja. Egal. Frage ist jetzt. Wo ist die Itembox? Ja. Zack. Du hast doch Items, oder? Du hast doch eben Items. Ja. Nice. Auch wenn das ein bisschen weh tut, glaube ich, irgendwelche Krähenfüße in der Tasche zu haben. Aber das ist, glaube ich, so gewollt irgendwie. Ja. Ich suche jetzt noch. Ah. Hier ist noch irgendwo jemand. Seht ihr das? Irgendwo ist hier noch jemand. Ja. Ja. Aber wo? Ja. Hier ist noch irgendwo jemand. Ich suche den Gegner noch. Und vielleicht finde ich die Itembox. Wenn nicht, dann gehe ich ohne Itembox weiter. Und genau. Aber hier in der Richtung ist, glaube ich, nichts. Das ist die falsche Fährte. So. Oder? Ja. Ich glaube schon. Aber hier ist doch. Warum sehe ich hier Ausrufezeichen? Fragezeichen? Hier muss doch irgendwo jemand. Was ist das denn? Was ist das denn? Eine Höhle. Gibt es hier eine Itembox? So. Augenblick. Oh. Was ist das denn hier? Hallo? Ah. Sehr schön. Ich habe den Rollreis gefunden. Auch wenn ich den eigentlich noch nie benutzt habe. Aber ach so. Das Item ist also hier drinnen gewesen. Sehr versteckt. Aber. Zum Glück gefunden. Ja. Sehr nice. Da muss ich nur noch. Was ist das hier überhaupt? finde ich für ein. Äh. Was ist das? Das ist ein bisschen sinnlos. Na ja. Egal. Nur noch jetzt diesen Gegner suchen. Den letzten. Ja. Tööö. Nein, hier war ich doch eben drin, Mensch. Wegen einem Item. So, da habe ich... Ich habe das Item hier, ehrlich, auch im letzten Let's Play, habe ich das Item nicht gefunden. Ich war am Suchen und am Suchen, aber ich habe es nie gefunden, auch privat nicht. Aber jetzt habe ich es ja gefunden und jetzt weiß ich auch, dass das hier in dieser Höhle drin ist. Ja, krass. Okay. Man lernt nie aus, ne? So, wo ist denn der? Mach mir doch nicht so eine Angst, Alter. Ah, da oben, da ist noch eine Brücke. Schaut doch mal. Da war ich noch gar nicht. Die hält sich nicht fest, oder? Doch, die hält sich fest, okay. Krass. War das die Brücke, die... Ja. Habt ihr das gehört? Das sind Falltüren. Okay, aber... So. Ich frage mich jetzt wirklich, wo der Gegner ist. So, ich gehe nochmal zurück kurz. Äh, ich will es absuchen. Weil vielleicht ist hier irgendwo der Gegner. Am Anfang vielleicht irgendwo. Da, hier, seht ihr. Da ist doch noch jemand. Den habe ich übersehen. So, ich probiere mal... Oh, fuck, 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 fuck. So, ich probiere mal den Reis aus. Du gehst jetzt da hin und willst das essen, wa? Genau. Ja. Na und, tschüss, weg mit dir. Ah, er hat's gegessen, ja. Habt ihr das gesehen? Der war kurz vergiftet. Ja, cool. Da habe ich euch auch nochmal den... Rollreis demonstriert. Ah, hier ist noch was. Guckt mal. Aber was ist das hier? Warum kann ich denn nicht hin? Hallo. Unsichtbare Wand. Ah, ich glaube, das war die Insel Kubon noch. Das hier ist ja die Inselfestung. So, auf der anderen Seite nochmal schauen. Ah, wie komme ich denn jetzt da? Ach, ich bin vorbei. Hä? Komme ich da hin? Nein, komme ich nicht. Oh. Cool. Bin ich ins Wasser gefallen. Ja, wahrscheinlich dann hier und dann rechts nochmal, ne? Aber wobei, nee, da bin ich eigentlich hergekommen. Zack, zack, zack. Ja, da ist die Insel Kubon wieder. Ne? Da waren wir beim letzten Mal. Gut. Alles klar. Ich würde sagen, dann haben wir es. Dann können wir ja jetzt zum Endgegner laufen. Ich gucke nochmal, ob hier irgendwo was ist. Zack, zack, zack. Zack. Ne, hier ist nichts. Sehr schade. Könnte man denken, ne? Wenn hier so viele Kisten stehen, aber... Die Veranstalter des Ganzen hier sind auch sehr geizig. Also... Lassen nicht mal was springen für uns, ey. Ne, 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 ne. So, geh da hoch. Bitte. Halt dich fest. Sehr schön. Okay. Gut, dann können wir mal durchgehen. Immer schön laufen, laufen. Forrest Gump. Ja, wie gesagt, Tenchu 2 mal wieder hier. Und ihr seht, kein Ausrufezeichen, Fragezeichen. Das heißt, alle Gegner tot. So. Död. Der Kletterhaken. Dann auf das Dach da. Ja, das ist jetzt ein weiter Weg, ich weiß. Aber weite Wege sind besser als oft entdeckt werden, sage ich mir. Und hier hoch. Genau. Nein, nicht wieder runter. Mensch, Ayami, was machst du? Komm schon. Halte dich da fest, ja. Sehr nice, okay. Weil hier war nämlich Defi... Ah, Moment. Hier ist noch ein Gegner. Den hätte ich fast übersehen. Wo ist der? Krass. 71. Wo ist der? Hallo? Hallo? Der Assassine vom Dienst ist wieder da. Wo bist du? Oh mein Gott, da oben. Da ist der. Ah, das ist ein blöder Gegner. Weil der auf so einer Schräge hier steht. Aber... Komm. Ja, Gott sei Dank. Da ist der auf dem Dach rumgelaufen. Unzivilisierte Menschen hier. Wirklich. Naja. Schauen wir mal weiter hier. So. Ich glaube, wir sind da, ne? Ja, sollte. Genau, hier. Hier in dieses Tor müssen wir rein. Da war doch... Da war hier ist doch der Entgegner, oder? Genau. Bei diesen Käfigen oder Zäune oder was das ist. Naja, Cutscene. Ich bin mal ruhig hier. Halt, bad person. Da ist er. Oh, hot bad person yourself. You dare make slaves of a Yami's people? Da ist er. So, ich hab jetzt mal ein Safe State gemacht. Weil, ne? Damit dieses coole Spielen jetzt nicht für den Arsch ist. So zu sagen. So. Und Gift Brandpfeil. Und nochmal Brandpfeil. Und Granate. Nochmal Granate. Oh, die Granate kannst du mehr nehmen. Alles klar. Sehr schön. Ne, Gas nicht. Hier. Granate. Granate. Ich weiß, ich schmeiß nur Granaten. Ey! Nicht klauen. Egal. Komm, den Rest. Ey! So nicht mein Freund. Ey. Hallo. So. Und jetzt. Zack, zack. Und der Rest mit Schwertkampf. Und zack. 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 Ne. Wow! Oh mein Gott. Lauf! Einen Trink. Ah, ha, 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 ha. Er hat sich auf die Fresse gelegt. Oh, das tut mir aber leid. So. Granate. Ey. Du weichst immer meiner Granate aus, du Penner, ey. So. Zack. 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 Das bringt nichts. Ah, ich mach den jetzt mit Schuriken kalt hier. Oh, Schuriken. Nein. Okay. Okay. Ey. Oh mein Gott. Lauf. Ah. Nein. Nicht in meine eigene Krähenfüße. Komm schon. Oh. Und trink das. Oh Gott, ey. Vielleicht läuft der in meine Krähenfüße rein. Oh, Schuriken. 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 Shit. Okay. Egal, das muss doch jetzt reichen. Hey. Zack. Ja. Geschafft. Oh. Zwar mit sehr vielen Items, aber egal. Geschafft. Dafür sind die Items doch da. Ich will nicht sterben. Tja. Willst du nicht weinen? Was ein schulder Lose. Hä? Hey. Nice little girl. Sneaky ninja Genbu sneaks up on you again. Ha 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 ha. Da ist der schon wieder. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. The wise. One of the four lords of the burning dawn. You mean Genbu the drooling idiot, one of the four idiots of idiot land. No. Don't you make fun of my new name from Lady Kagami. Kagami? Lady Kagami is a great lady. She's gonna make a world just for us ninja. Like in her dream for us. Since you're a ninja, you could ask her real nice. And I bet she'd let you join. Oh, please. Unlike you losers, I don't need to live in someone else's dream. I've got dreams of my own. Well then, if you won't join, then I won't let you join. And I'll beat you up with my sneaky ninja moves. Sneaky ninja moves. Ha ha ha. I'm just curious. You can't find me. Yeah, exactly. Ha 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 ha. Burning dawn? Lady Kagami? A world for ninja? Nah, who cares? He's just some drunk and bumpkin. Ayama hat in den Arsch abgebrannt. Yes, Grandmaster, Junge. Mit 800 Punkten fast. Oh, das ist geil. Huh, das ist nice, Alter. Das speicher ich natürlich direkt ab, ist klar, ne? Ja, einmal entdeckt worden. Gut, das reicht. Nein, ich wollte eigentlich speichern, aber ist egal. Ich mache Safestates, das von dann passt das. Ich hoffe, dass der Safestate mir nicht kaputt geht. Oh, okay. Katzen. Sie sagten, dass Sie mich sofort sehen wollen, mein Herr. Was ist passiert? Die Quarantinete ist unter Angriff. Ich brauche Sie dort sofort. Quarantinete? Wo ist das? Es ist eine Quarantinete, die ich kreiert, um zu isolieren die Menschen, die vorhanden von beeinflussten Krankheiten. Sie sie isolieren? Ja, aber ich hatte keine Wahl. Die Krankheit stammt schnell. Was soll ich tun? Ich konnte nicht nur sie töten. Ich bin sorry, ich dachte nicht. Ich werde es schauen. Dann kennen wir alle. Wir haben nämlich einmal den roten Spatz, einmal Tatsumaru, einmal diesen weißen Tier und jetzt hier Gamebu. Das sind die vier Fürsten des brennenden Morgen. Genau. Ja, wie gesagt, der hat neun Namen von Kagami bekommen. Da hat er das erste Mal davon geredet, dass Kagami halt eine Ninja-Nation gründen möchte und der brenne morgen halt. Aber Jami hat das nicht geglaubt und denkt, er wäre betrunken und besoffen. Und dann hat sie ihm den Arsch abgefackelt. Auch eine Methode, ne? Und genau, was für ein Item habe ich jetzt eigentlich? Ich habe kein Item bekommen, obwohl ich Großmeister geschafft habe. Okay, das ist dann also auch nicht immer der Fall. Ich merke gerade, mir fehlt noch die Rauchbombe. Naja, ist egal. Ja, dann haben wir einen neuen Auftrag bekommen von Fürsten Goda. Wir sollen ein Krankendorf beschützen und beziehungsweise befreien aus dem Würgelgriff mal wieder. Das brennende Morgen. Genau, aber das schauen wir uns das nächste Mal an. Ich mache jetzt hier für heute Schluss, weil ich später noch was zu tun habe. Und genau, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr mir zugeschaut habt. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da oder einen Comment oder einen Subscribe. Beziehungsweise ein Abo. Und genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder bei Let's Play Tenshue 2, ne? Ciao, ciao.